Nervenschäden können durch verschiedene Ursachen wie Diabetes, Verletzungen oder Mangelernährung entstehen. Bestimmte Vitamine können helfen, die Nerven zu reparieren und ihre Funktion zu verbessern. In diesem Video erfährst du, welche vier Vitamine besonders wirksam bei der Reparatur von Nerven sind. Nummer 1 – Vitamin B1 Vitamin B1 ist entscheidend für die Funktion des Nervensystems. Es hilft, die Nerven vor Schäden durch hohe Blutzuckerspiegel zu schützen und unterstützt die Energieproduktion in den Nervenzellen. Gute Quellen sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Nüsse. Nummer 2 – Vitamin B6 Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von Neurotransmittern, die für die Kommunikation zwischen den Nerven notwendig sind. Ein Mangel kann zu Nervenschäden und Schmerzen führen. Es ist in Geflügel, Fisch, Kartoffeln und Bananen enthalten. Nummer 3 – Vitamin B12 Vitamin B12 ist essentiell für die Myelinscheide, die die Nerven umhüllt und schützt. Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte sind reich an Vitamin B12. Nummer 4 – Vitamin D Vitamin D unterstützt die Gesundheit des Nervensystems und kann Entzündungen reduzieren, die Nervenschäden verursachen. Es wird hauptsächlich durch Sonnenlicht produziert, kann aber auch in fettem Fisch, Eiern und angereicherten Lebensmitteln gefunden werden. Indem du diese Vitamine regelmäßig in deine Ernährung integrierst, kannst du die Gesundheit deiner Nerven unterstützen und deren Reparatur fördern. Bei Bedarf können auch Nahrungsergänzungsmittel helfen, die ausreichende Zufuhr dieser Vitamine sicherzustellen. Hast du bereits Erfahrungen mit der Einnahme dieser Vitamine zur Unterstützung deiner Nerven gemacht? Welche Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verwendest du? Teile deine Gedanken in den Kommentaren, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren informativen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!